Die sind super aus, wenn ich einen Unterkupfstum. Jetzt gerne Sport. Ich war echt letzter. Was soll da gehen, ey? Was war das mit uns zum Reden? Ich glaube, hier ist ein Buch Ja Ja Ich kann das Buch aber nicht ansprechen Er hatte die ganze Zeit mit allem Recht Wir müssen Belial aufhalten, bevor es zu spät ist Das ist ein Barsar, türkischer Barsar Ich bin keine Wache Ich bin Aschara, Kommandantin der Eisenwölfe Wir haben diese Flüsslinge vor Magda Stimmt Und diese haben dann Blüten am Betreten der Menschheit Ich mag klein aussehen, aber ich bin... das Leben in den Grenzgebieten war hart, aber wir hatten unsere Wirke. Wir kamen hierher, um Hilfe zu suchen. Okay, ist das mit dem Fernlück. Wo? Die Händlerin. Würde sein. Ich kann gar nicht glauben, was die Leute an das wegwerfen. Wollt ihr etwas davon kaufen? Wird Glöcke, tausend, hunderttausend bei. Das für Hardcore-Mode ist wahrscheinlich sehr gut. Ich brabe dieses Zeug aus, mache es sauber und schleppe es hierher, um es zu verkaufen. Wollt ihr etwas davon? Ich weiß noch, wenn wir hier ... ... ... ... ... ... ... ... ... Oberen. Ja, ich bin. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, ich hab was gelbes geschwächt, ne Brustplatte, noch weiß ich es nicht, ne Brustplatte mit Vitalität, Vitali, aber er hat auch ne Vitalität, was hat denn sonst was dazu? Hm, Heilkugeln gewähren plus 37 Leben, das an sich ist man geil, oh ich wurde gefressen glaube ich, guck mal ich halt doppelt so viele Shuriken werfen Die hatten viel Geld dabei hier in der Ecke Wuhh Das war's für heute. Okay. 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 Oh my God. Oh my God. Nach unten noch? Wohooo! What the? Was ist das für eine scheiß Arm raus, wie ist das denn so schlecht? Ich frage mich auch bei meinen ganzen Waffen hier trocken mal. Und hier ist es so. So, habe ich den Eis gelernt. Und jetzt verstehen wir es weiter, sehen wir die Brücke vielleicht. Und jetzt sehen wir uns wieder. Okay. Hiya. Hiya. Okay. Bye. Hiya. Hiya. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich werde dafür sorgen, dass die Herrscher der Fälle, Delia und Asmodan... Das hier scheinen ein kleiner Abschnitt zu sein, hier nur. Was meinst du? Hier ist nur so ein kleiner Abschnitt. Da was? Nee, wirklich gar nichts. Ja, cool aus. Und hi. Okay. 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 Wo wollte ich denn nehmen? Gelber? Wo? Kochte wo? King Palm Schatztruhe Hallo beim Wissen Schatztruhe Ich musste diesen Kalkumi esen Kalkumi zu kaufen Drei Ein Kalkumi packung es so warm Drei 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 Ich würde runtergehen in die Mitte. Wunders Keller sollen wir gehen. Ein Tagebuch hat er genommen. Wir waren nach drei Tagen ohne Essen wahnsinnig vor Hunger. Aber das ist keine Rechtfertigung für das, was wir getan haben. Tag 7. Ich kann nicht mit dem leben, was aus mir geworden ist. Tag 10. Ich bin hungrig, aber auch geduldig. Jemand wird nach mir suchen. Und dann werde ich wieder essen. Erst verkaufen. Ja, und wir müssen kurz hier die Ecke erkunden. Nein? Kommst du bitte raus? Das ist ja... Roter Eisenwolf. Ach, scheiße. Das heißt, ein sehr hittiges Telefongespräch. Große Straßen- und Importengrüße. Und dann... Vielen Dank. Ich muss kurz telefonieren, mal die Opel-Firma anrufen, die wollen mein Auto zur Inspektion holen. Ich kann billig verkaufen, weil ich die Waren einfach wieder von eurer Leiche plündere, sobald ihr Punkt seid. Ich kann billig verkaufen, weil ich die Waren einfach wieder von eurer Leiche plündere, sobald ihr Punkt seid. Ich kann billig verkaufen, weil ich die Waren einfach wieder von eurer Leiche plündere, sobald ihr Punkt seid. Ich kann billig verkaufen, weil ich die Waren einfach wieder von eurer Leiche plündere. Okay, Shopee ist da unten. Ich bin bei dem Teleporter-Zurückportal da. Ich bin bei dem Teleporter-Zurückportal da. Ich bin bei dem Teleporter-Zurückportal da. Ich bin aus Chaldeon. Was? 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 Meine Schwester und ich hatten uns einen Mann von großer... Was? Wir rufen ihn den Propheten. Er hat uns ausgebildet und in einen magischen Schlaf versetzt. Und wir in dieser Zeit erwachen. Ich soll die Invasion der Herrscher der Höllen verhindern. Achso, die ist vor 1500 Jahren hier rumgerannt und rennt trotzdem unbrüder Kili rum. Wir haben die Verzauberin! Yeah! Was war das mit Erfolg? Ich hab was Gelbes. Bitte 10 Schämpchen. Was hast du Gelbes? Zweihandhammer. Was? Kann ich nicht benutzen. Warte, nur kurz. Ich will die Kiste hin. Ich will nicht warten. Nee, du blick. Uh, 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 uh. Was? 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 Was ist denn? Was? Was? Was! Was ist denn? Was? Was? Wir sind. Wir hatte uns jetzt. Dann kommen rüber und looten. Ich hab' meinen einzigartigen Gegner gekillt. Was hat der RAM-Mob dir denn gedroppt? Das ist der blaue Item. Und was? Einen sehr schlechten Boden, was ja in der einen war von dir. Und ein Schild. So, guck mal der Tornado nimmt ein Shuriken mit. Was hat der? Der nimmt ein Shuriken mit, der hat gerade einen mitgenommen. Ach so, cool. Da unten ist so ein Eingang, ein Keller. Keller, 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 Kind. Da. 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 Das Blutes. Und Quackipit. Da. 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 Ich habe die Biker ab. 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 1, Fasper. Das ist ein Kanger. Abenteuerliche Ledermanschetten bis hier unten nicht. 105 Gold. 38. Na ja, ich guck mich zu betreten. Sandshark Kiste und Geld Auf ne Kiste colour Kiste und Geld Kiste und Geld Liegen hier überall Schilde rum Wann springt ihr da rum? Bei mir, ich habe jetzt irgendwie 5 oder 6 Schilde gelootet ich würde behaupten wir müssen darunter was geheimes lager stand hier was blaues drin bei mir ist ein gold drin bitte ich bitte ich schark eine litte ausgewohnte hölle steff is on the line zweitschuss? rote hundroboter aus 50m entfernung wer ist online? steff woran siehst du das? freundesliste also habe ich nicht eine freundesliste? battlenetfreund ach so das wollten wir ja immer nicht machen, weil du deine vorea-id-freunde werden kannst ja, ich finde es auch blöd ich finde es auch blöd, wenn ich live streame, weißt du? ja Fragebuch? der herr der lügen ist der am schwersten zu passen ich glaube es geht weiter oder? ja, hier ist der außenposten, hier müssen wir hin was ihr es war, der Asmedan zu einer Revolte gegen die großen Ugel anstiftete damit begann der Bürgerkrieg der Brennen und Höllen damit dem großen Uels von der großen Ugel und der Welt der Staten entlang ich habe dich gehypt ich mich auch he gehen wir eigentlich gerade live? äh ja guckt mir doch jemand zu das mache ich für mich für meinen YouTube und wir hatten bis gerade mal drei als wir Dingens noch Akt 1 hatten ja genau müssen wir mal versichert Ihr seid ein Totenbeschwerer, nicht wahr? Was führt euch hierher? Mächtige Geister suchen diese Ruinen ein. Ich war nicht stark genug, sie zu besiegen, aber ich konnte sie einsperren. Ich fürchte der Kult, der die Region heimsucht, wird versuchen, sie für ihre lästerlichen Zwecke zu missbrauchen. Wenn ihr es wagt, könnt ihr versuchen, sie zur Ruhe zu retten. Aktiviert die Toten, um die Geister freizulassen und seid auf einen Kampf vorbereitet. Immer. Könnt ihr ihre wütenden Stimmen hören? Es verbleiben noch immer einige von ihnen. Hier oben. Die Geister sind jetzt erst zum Schweigen gebracht. Der Totenbeschwörer sollte nun seinen Zauber wirken können. Ihre Stimmen schwinden. Die Geister dieses Ortes beruhigen sich. Nun kann ich beginnen, sie zu befreien. Das Heulen der Geister lässt nah. Ihr habt ihnen Ruhe verschaffen. Halt. Hört ihr davon, dass ich gern sehen kann. Oh mein Gott. Wir haben die Pläne des Zirkes vereitelt. Aber ich befürchte, sie werden noch andere, dunklere Mächte finden, derer, die sich bedienen können. Abstand und geht mit dem Segen Rathmark. Yeah, Koop-Action. Erfolg. Eine Maske für Zauberer, anädiert Vitalität. Witterli. Langebuch. Vor 20 Jahren ist mein Mentor den Mächten des Bösen ihn übergetreten. Ein Questgeber. Bei mir nicht. Verlassen. Der Arsch. Bis jetzt schon wieder Stufe A. Zu Glauben ist er. Zu Gott war vier Balken voll. Wo seid ihr? Oh, wie geil ist das denn? Was? Der guck mal, mein Skill. Uh. Ist ein Brief? Oh. Da drin eine Kriste. Da drin eine Kriste. Das stand ja in dem Brief, dass wir den Hinterhalt hier machen sollen. Gimmicks. Gimmicks. Da drin eine Kriste. Das war zu früh. Sie hatten vor uns Belial zum Opfern. Eisenwölfe. Erobert die Stadt zurück. Los, erobert die Stadt. Was ist das? 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 Das ist das? Was ist das? Das war's für heute. 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 Das war's für heute.